Klar. Mhm. Nur mal gucken. Lisa, bitte, wenn ich jetzt gleich reinkomme... Lisa, noch mal nix sagen, bitte. Okay, Lisa, sag mal was. Hallo. Ja, du siehst, du bist ziemlich laut. Ich hab dir schon leiser gemacht. Nochmal. Hallo. Ja, red mal so, wie du richtig redest. Ja. Ja. Okay, jetzt ein bisschen lauter und dann geht das. Ich hab dich auch leiser gestellt. Mast du, sag du mal was? Hallo, willkommen. Oh Gott, bist du laut. Ja, ne? Ich? Mach hier auch leiser. So, sag nochmal was. Hallo, willkommen. Ja, besser. So, Alter, warst du jetzt laut. Guck mal, ob das jetzt funktioniert so. Hm? Warum blieb man den Chat denn noch dahinter? Du musst es an die andere Quelle ausmachen. Welche denn? Geht nich. Da sind zwei Quellen. Äh, zwei Browser Quellen. Die eine kannst du ausblenden. Ja, hab ich ja. Geht trotzdem nich. Funktioniert nich. Ah, jetzt. Ach, die Overlay Quelle muss weg, oder was? Ja, das sind zwei Quellen. Einmal mit Discord und einmal ohne Discord. Nee, ich hab hier drei Quellen. Overlay, Voice Quelle, Discord, Voice, Overlay Quelle. Ja, Overlay, Voice Gruppe. Das ist ja eine Gruppe auch, ne? Keine Ahnung, auf jeden Fall geht's jetzt so anscheinend. Ja, okay. So, dann lassen wir noch ein paar Stündchen, ein, zwei Stündchen spielen. Also bei mir lief's grad die ganze Zeit gut. Wär gut, die Lisa. Wo nach zwei Runden. Ja. Also, ich sollte auch noch mitspielern suchen. Ja, sollte so. Ohhhh. Ah. Ich weiß gar nicht, wieviel Uhr gehen das Blöcke ist heute überhaupt. 0 Uhr. 0 Uhr. Oder so. Ich glaub bis heute 0 Uhr. 0 Uhr, echt? Splatfest. Splatfest. Im Zeitraum. Hast du dir schon das, äh, gratis Epic Game geschnappt? Das Star Wars Ding in da? Wollte nicht, ich weiß nicht was. Jaja, ich mein ja. Genau 48 Stunden später am 17. Januar um 23 Uhr. Heute 23 Uhr ist vorbei. Oh, okay. Zwei. Ja, das hab ich mir schon geschnappt, jaja. Nice. Boah, wie lange der immer braucht mit den, mit den Finden, ey. Also gerade ging's die ganze Zeit gut. Okay. Hm. Aha. Ah. Man sich immer erst beschweren muss. Ah. Man sich immer erst beschweren muss. Was ist mit dem? Ich glaub ja. Ich glaub der macht das um 16 Uhr auf. 16 Uhr sogar erst? Hm. 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 Der ist relativ. Aber schon eher Hunger. Naja. Ja. Ja. Wir haben eh alle irgendwie andere Öffnungszeiten. So, den einen. Andere öffnungen, ja keine Ahnung. Hm 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 hm. Aber ich muss bis davor auf jeden Fall schon mal was essen. Ich hab jetzt schon mega Hunger. Hm, geht mir auch so. Kaffee. Stirb doch! Wie Kaffee. Selbst Kaffee hilft nicht. Kaffee gegen den Hunger. Ey, du Roller, hau ab hier! Ah, Titten-Schock! Haben wir ihn, nice. Aua, von hinten! Ey, Wiley! Das war böse. Da! Na, okay. Man hört sich jetzt auf einmal aber doppelt Marcel. Ich hab nichts gemacht. Hm, hm, vielleicht muss ich leider reden. Nö, man hört das doppelt. Hört man doppelt. Lass mich in Ruhe, aber ich hab noch einen mitgenommen. Ich hab grad auch noch einen mitgenommen. So. Chaka. Chaka. Da schlägt die Lisa Bild um sich, ey. Ja, aber ich hab mich getroffen. Oh, shit! Ah, nice. Haha! Oh, shit! Alter, huap hier! Juch! Wie er genau irgendwie reinschwimmt. Ey! Was macht der denn da? Ja! Ich muss... Ja, da kam ich nicht mehr weg. Mann! Gibt's doch nö. Ja, mach den platt! Mach den platt! Mach den platt! Ach, mach den nicht. Geht mal so wie ich. Vorsicht, da kommt einer von oben! Oh, hab ich! Ah, Loki ist aber auch drauf gegangen. Oh, oh! Ja, der macht die Blubbelbladen sehr spack! Vorsicht! Ha! Hab ich dich! So! Ich hab ihn auch. Ich hab den Roller erwischt hier. Sieht eigentlich gut aus. Die sind zu dritt tot. Nice! Das sieht gut aus für uns. Das gewinnen wir. Sehr schön! Sehr gut! Und dich mach ich platt! Sehr gut! Das lief schon mal entspannt! Und dich mach ich platt! Ja! Das... 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 Gestern war am geilsten, ey! Er die ganze Zeit hinter mir, ich hinter ihm, er wieder hinter mir, ich... Mh... 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 Ja, und dann bin ich einfach in die andere Richtung gegangen und dann hab ich ihn geplättet. Lisa ist aber noch extrem laut, wenn sie jetzt vernünftig redet. Muss man auch leiser machen. So. So! Jetzt müsste passen. Ich hab halt ein leites Organ. Ja, jetzt sprichst du auch wieder leiser als vorhin. Du musst richtig reden, wenn ich das sage, sag mal was. Und nicht... Dann ganz leise. Mh... Ja... Deswegen warst du jetzt wieder zu laut, weil grad war richtig, weil du leiser gesprochen hast. Jetzt redest du normal, dann war wieder zu laut. Mh... 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 Trinken wir einfach gleich das Headset. Danke. Ja, hättest du das besser nicht vergessen, denn hättest du ihn ja jetzt schon. Ach... Boah... Jo... Mh... 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 hintereinander so weißt du so halt so ein bisschen hört sich das an so hört sich das an verstehst du was ich mein ja ich bin halt über handy und was soll ich machen ja macht ja nichts da warst du gestern ja auch gestern war alles wasser gesprungen das ist mir gerade auch passiert hey geh weg ha ha habe ich nur oben aus einem jetpack geholt da ist einer ins wasser gesprungen wie kann sowas mit passieren ey uff warte nur dieser läuft hier wiederum so ich räume hier nur auf ich mach nur sauber mit ihrem besen willi wanker willi wanker das sieht verdammt gut aus für unser team wo sind die denn alle da die schießen jetzt von oben ja ja die wollen vorsicht ah nein hätte sie nicht mal eher töten können lisa toll lisa wartet extra bis ich tot bin und dann tötet sie den erst weißt du auch klar dann wir sind ein team lieber ein team ja also hier viel zu viel orange ja jetzt versuchen sie irgendwie von oben ja ja alles zu machen ich habe da meine artillerie da oben rein oh die ganze rechte seite aber bei denen steht noch jetzt kann ich jetzt nicht mehr gefahr war bis gerade noch gefahr die verstecken sich jetzt die ganze zeit und schießen von oben die säcke pennerts ey ja ach man ey du kannst halt auch hochschlagen ne ich weiß gut der mit dem blubbelt ist mega der affe aufpassen mit dem wandschwapper da sehr gut und ah Achinerie boomisso nicht dass was verloren haben ey ja nah haben wir gewonnen jp ba 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 secretary Lebensstufe 1 Okay Okay Ich hatte so das erste Mal Splatoon gespielt Ich bin einmal kurz raus Dann gehen wir auch raus Konntest ja dann nicht mehr nachjoinen Ist ja das doofe Ja toll Warte ich muss wieder auf Marcel bestimmt nur was leer oder so Ne Marcel Oder was macht der Marcel Ist der jetzt länger weg oder was Ich schätze mal schon Ja frag ihn doch mal Er hat auf jeden Fall den Schlüssel genommen Achso dann kann ich den Spieler wieder aufmachen Uff Dann komm mal rein und dann suchen wir neue Ja warte Ich hab nochmal rum Ich dachte der macht nur schnell irgendwas leer Oder keine Ahnung Und dann macht der weiter Wahrscheinlich wollte deine Mutter was Ja kann gut sein Hier er spielt Ein Schnabbeldabel wipp wupp Und spielen Feinden die sie zu essen die ist nicht mehr da ja die ist immer nur so bis 10 und 30 11 uhr kann die und dann machte ich fertig für für frühstück und zwölf wo gibt es immer frühstück wochenende da wollte ich eigentlich heute auch machen aber ich hatte was frühstück aber diese mal zehn kann kämpfe die sind nicht oft die kommen nicht oft ok na gut wäre ja auch langweilig ja jetzt glaube ich echt nur zufall wann ob die kommen oder nicht oder woran das liegt weil sie auch nicht keine ahnung hast du gemacht ach so aber wir sind ja zum spiel drin ja ich bin sehr wichtig dass ich das ding nicht runter kriegt warum diese matten ja weil sie nicht geht ohne probleme jetzt haben wir uns einfach nur ein leck oder back oder was weiß ich war dazu ich glaube das war eher leck keine ahnung presst meine artillerie das war das war krass das war richtig krass ich muss hier weg scheiße die kommen hallo hilfe ja den zweiten habe ich auch oh gott hammer hammer wir müssen weg als ob shit ich dachte der hält nicht so lange Oh, das war ja schlau gemacht. Ja. Alter, der ist Spaß. Der steht da die ganze Zeit und wartet bis... Alter, was ein Vollidiot. Ich hab ihn aber geklappelt. Ja, hab ihn erwischt. Jetzt kommt der Nächste. Ich bin aber schon verletzt. Der rollt. Ah, stirbt! Nein, ich bin tot. Was macht der Marcel? Ich weiß nicht, was der Marcel macht. Schatz, was machst du? Ich hab nur kurz den Hund hochgefahren. Ach so. Ich glaub, das sieht schlecht für uns aus. Boah! Der hat grad den Stempel rausgeholt. Ich hab ihn in dem gekillt. Der konnte nix mehr machen. Das war nice, aber... Dann bin ich wieder direkt gestorben. Ah, scheiße. Wir kommen nicht über die Mitte hinweg, ey. Den hab ich... Ja, die chillen da alle in der Tinte. Man kommt nicht vorbei. Ja, die sind doch alle behindert. Vorsicht! Direkt wenn du da runter gehst, direkt rechts um die Ecke steht so ein Spacko. Und wartet die ganze Zeit nur. Ach was. Ich weiß. Ich weiß. Du bist ein Idiot. Dich hab ich... Wow! Nein! Du musst dich nicht anders zu helfen. Ja, die sind voll Idioten gewesen jetzt. Ja. Einer chillt links an der Mitte. Einer wartet rechts und wartet nur bis wir vorbeikommen und machen uns kaputt. Das ist assi. Na ja. Das ist echt assi. Ich hab mal einen Raum aufgemacht. Du hast einen Raum aufgemacht? Ja. Ich müsste jetzt eh rausgehen. Mh. 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 So wie Skylar vorhin gefragt hat auf Breath of the Wild hätte ich auch schon Bock mal im Stream zu spielen, ey. Wer macht das? Ja. Vielleicht mach ich das auch. Das wäre echt ne coole Idee. Mal schauen. Erstmal hab ich, glaub ich, auch Bock auf Donkey Kong Country. Tropical Freeze. Hab ich, glaub ich, auch Bock drauf. Boah, das ist doch megaschwer. Ja. Ja. So nicht. Aber wenn man 100% machen will, dann ist das schwer. Mh. 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 Wenn du nicht 100% machen möchtest, dann ist es halt nicht so schwer. Schwer ist es, wenn du die 100% davon haben willst. Okay. Mh. 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 Erstmal alles ausmalen hier, ganz in Ruhe. Genau so sieht's aus. Du Penner. Vollig, von oben. Oh, oh, Curling-Bomben. Achtung, Achtung, Achtung. Ah, fuck. Oh, Vorsicht, da kommt einer. Hatter, du Wichser, komm her. Ja, Achtung, ist er nach oben gegangen. Ja, du Vollspaß. Ja, ich musste fliehen von da oben, da hat er eine super cool Kugel hingeworfen. Alter, der Spaß, der steht da oben. Oh, Alter, die müssen da oben weg. Die müssen da oben weg. Alter, was sind das für Affen schon wieder. Jetzt stehen die da oben und schießen die ganze Zeit auf unseren Spawn drauf. Einer hab ich erledigt. Sehr gut gemacht. Weggeplättet. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, da sind Bomben, da sind Bomben, da sind Bomben. Scheibe. Alter, jetzt hat er auch schon wieder auf mich gewartet. Das gibt's doch nicht. Ey. Einfach nur dumm. Zack, zack. Boah, der... Boah, der hat auch schon wieder alle Fragmente voll und sowas. Der spielt auch schon ein paar Stündchen länger, ey. Uff. Mein Gott. Ich bin einfach so dumm, mit dem Controller zu treffen, ey. Scheuer hoch. Ach, wir verlieren das so krass. Ja. Der war oben schön und schießen kann ich auch, ey. Ja, das sind Spassdienst, das sind scheiß Idioten. Alle vier tot, ja. Wir kommen an unserem Sport. Kannst vergessen. Das ist ja auch egal. Das ist ja egal. Für mich sind das keine Gewinner, wenn die die ganze Zeit nur in der Tinte chillen und von oben auf uns schießen. Ja, das ist halt dumm. Das ist für mich, äh, ja. Ich glaube, das Spiel verfehlt. Na, wir sind ja hier nicht bei Counter-Strike oder so. Oder Battlefield. Nee, 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 nee. Ich nehme mal wieder meinen Stempel. Aber die Waffe macht halt so keinen Spaß, weil die nicht vollautomatisch ist. Deswegen macht die keinen Spaß zu spielen, die Waffe, ey. Nee, nicht den, den hier. Nee, nicht den hier. Nee, nee. Quack, 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 quack. Double, double, dip, top. Aaaaaah! He, 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 he. So, schauen wir mal. Aaaaaah! Wäre natürlich auch nur echt von Vorteil mit unserem Sniper auch mal was treffen würde. Ach, ich hab ja den Hammer, ich bin so dumm, ich dachte jetzt schon wieder, ich hab die Artillerie. Vollidiot, ich. Mal Caix. Hä, wo's denn hin? Oh NEIN, ich bin voll in den Gegner reingefallen. Ich bin voll in die Gegner rein, guck vorhin, wie schaffe ich das? Von oben oder was? In so einen Kleckschicker da rein? Ach, ich hab ja den Hammer, ich bin so doof. Ich setz ihn so unnutzend ein, gerade, shit. Mann, scheiße. Warum haben wir schon wieder Gefahr? Ja, Alter. Mehr einfärben. Ich auch. Jetzt hat er erstmal die Gegner erledigt. Da ist einer. Aber der hat mich auch. Scheiße. Willkommen im Stream an Icky, Wölfchen. Moin, immer spritzig bleiben, wir sind immer spritzig. Schön, dass du da bist, wie geht's dir? Oha, nööööööö, boah, das gibst nicht. Mach, die sind schon gleich bei uns, ey. Boah, wenn da oben einer steht, der einen Halbweg zu zielen kann, ne? Ja, ja, ist schon gar nicht so leicht dann. Boah, Scheiße. Nein, ach mann. Aber ich finde, dass die hätten das bei Splatoon so machen sollen, dass die sagen sollen, dass die Leute ab Stufe 50 oder 60 oder was weiß ich wie viel, 70 oder 80 die können gar nicht in den standard reingehen die müssen profi spielen so was hätten die machen wollen ja weil leute wie wir die das spiel gerade mal angefangen haben so gesehen ist das schon ein bisschen unfair mir geht es soweit ganz gut und selbst ja auch ganz gut das ist schön zu hören weil wir hier mit unseren weiß ich nicht wie vielen stunden gegen welche spielen die 23000 stunden haben da hat keine chance ist ja ganz klar das freut mich wenn es hier gut geht ich glaube ich habe auch nur 130 stunden oder so wenn dann welche kommen mit 1200 1000 über 2000 das ist vorbei aber solange das spaß macht es doch gut ja spaß macht es ja aber ich finde die hätten das trotzdem so machen sollen dass sie irgendwie sagen ihr seid eigentlich ein vierer team nee drei wir sind zu dritt wollte mitmachen dann können wir den raum noch mal neu aufmachen dann kannst du rein schon ein jahr wenn du lust hast